Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin immer noch in Prag. Es ist der zweite Tag. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich gerade neben einer Straße bin. Aber hier ist ein riesengroßes Graffiti, ein legales Graffiti, aber ein Graffiti von einem Bitcoin. Der Graffiti von dem Bitcoin-Symbol ist hinter mir. Und dieses Graffiti wurde gemalt, um sich ein bisschen über den Finanzminister von Tschechien lustig zu machen. Das ist der Finanzminister oder ein hoher Minister. Und hier steht sein Zitat und das Zitat lautet Soweit ich weiß, benutzt niemand Bitcoin. Oder sowas in der Art. Ich kann leider kein Tschechisch, aber hier ist sein Zitat, seine Ignoranz über Bitcoin. Ja, er drückt seine Ignoranz aus und deswegen haben die Leute ihn hier verspottet ein bisschen und machen auch ein bisschen Werbung für Bitcoin. Ich denke, Bitcoin ist eine sehr interessante Sache. Es ist eine Kryptowährung und es ist sehr, sehr spannend. Ja, also das wollte ich euch nur zeigen. Ein Graffiti von dem Bitcoin-Symbol und diesem Minister. Okay, bis nachher.